Ich komme hier aus der Region und da ist Feuth natürlich ein sehr großer Arbeitgeber und Feuth ist auch sehr dafür bekannt für seine Internationalisierung. Ich habe auch ein paar Freunde, die hier schon mal ein Studium abgeschlossen haben und habe einfach die guten Erfahrungen mitbekommen. Das Spannende in meinem Studium ist, dass ich die Schnittstelle zwischen der Informatik und der Wirtschaft bin, wodurch ich nicht nur ein monotones Arbeitsumfeld habe, sondern immer mal wieder neue Einblicke in neue Welten bekommen darf. Aufgrund der Unternehmensgröße kann ich im Bereich der IT viele verschiedene Abteilungen durchlaufen. Ich bin im Rechenzentrum, im SAP, im Controlling und dadurch habe ich eine sehr große Abwechslung. Ich werde von Anfang an in die Themen Industrie 4.0 und Digitalisierung mit eingebunden und dort passiert bei Feuth sehr viel. Dabei konnte ich viele Sachen aus der Theorie schon in der Praxis anwenden und auch aus der Praxis viele Sachen für die Theorie mitnehmen, was der Kernpunkt des dualen Studiums ist. Ein cooles Projekt meiner ersten Praxisphase war die Erstellung von Online-Shops, wodurch meine Arbeit nicht nur in Deutschland, sondern sogar in China und auf der ganzen Welt gezeigt wurde. Ich kann mir nach meinem Studium auf jeden Fall vorstellen, auch bei Feuth weiterhin zu arbeiten, dass mir hier sehr viel Spaß macht. Einde vom Sob faut ops Holz 堆 give dich 槍